Na ja, dann sage ich mal hallo, meine Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des LabKong City Podcast. Wir sind kurz vor der 40, ich weiß nicht, ich glaube 39, Folge 39, ich bin mir jetzt aber auch nicht sicher. Auf jeden Fall, ja, herzlich willkommen. Ich bin heute nicht im Bild, aber dafür Sascha, der ist natürlich auch wieder mit dabei. Die ist Zeich. Und warum bin ich nicht im Bild? Naja, vielleicht hört man es meiner wunderschönen Stimme auch noch an, ich bin krank. Wir nehmen das Ganze hier jetzt auch etwas relativ früh am Morgen auf. Gestern hat es dann leider nicht geklappt, aber dafür halt heute und ja, dementsprechend bin ich heute mal nicht im Bild zu sehen, ist aber glaube ich auch verschmerzbar und das wollt ihr auch gar nicht sehen. Ihr hört es ja auch schon so. Und ja, wir wollen ein bisschen über das Pokalspiel gegen Hansa Rostock sprechen und natürlich auch einen kleinen Ausblick wagen auf morgen gegen Schalke 04. Dazu muss man noch sagen, ich hatte auch dadurch, dass ich jetzt diese Kacke schon länger mit mir rumschleppe, auch nicht die Möglichkeit zu streamen beziehungsweise ins Stadion zu gehen. Ich habe es mir dann einfach so von zu Hause angeguckt, weil Sascha war im Stadion. Wie hast du es denn vor allem stimmungstechnisch erlebt? Es waren ja 24.000 angekündigt, 28 oder knapp 29 waren sie dann am Schluss. Ja, aber möchtest du nicht chronologisch vorgehen und auch das Kiel-Spiel noch mit reinnehmen? Haben wir da nicht noch drüber geredet? Ja gut, wir haben ja ein Fazit abgegeben nach dem Spiel, nach Kiel. Dementsprechend glaube ich können wir da, also respektive werden wir da auf jeden Fall nochmal drauf angehen müssen, weil es im Großen und Ganzen ja nicht ganz so souverän war wie gegen Kiel, aber da kommen wir ja noch dazu. Ja, also was die Frage angeht mit den Fans, also die Stimmung war gut. Es war halt so die typischen kluborganisatorischen Probleme halt. Du hast im Block auf einmal gefühlt 10.000 Leute mehr drinnen und nichts geht und die Ordner, geht dahin, geht dorthin, stopft es euch rein und dann siehst du wieder nichts und hier und da und dort und dann hast du halt wieder viele, ja es ist ja auch schön, wenn sie kommen, diese Event-Fans, aber was die Stimmung angeht, es war halt, es war schon geil und es ist dann auch immer, wenn wir ausgeglichen haben, es ist halt auch immer wie so ein kleiner Hexenkessel dann geworden, gerade nach dem 2-2. Also stimmungstechnisch war es schon richtig gut, da kann man nichts sagen, das war, wenn es so bei jedem Heimspiel wäre, wäre mir deutscher Master. Ja, man muss dazu sagen, ich war schon relativ überrascht, als ich dann gesehen habe, okay, es sind doch mehr als die angekündigten 24 drin, weil wenn sich dann, ja knapp 5.000 Leute, also es waren ja, sagen wir mal knapp 29.000, wenn sich da noch knapp 5.000 Leute dazu entscheiden, ins Stadion zu gehen, anstatt angekündigt 24, das ist schon cool, also Respekt auf jeden Fall, ich meine, ja, wir wissen ja selber, wie es ist, ja, es ist aber auch eine saublöde Anstoßzeit gewesen, mal wieder, weiß das ja selber, wer, oder ich bin in dem Fall der Frühaufsteher, ich habe ja da schon mit mir gehadert und ja, da musst halt dann vielleicht auch mal Abstriche machen, aber in dem Fall hat es ja dann überhaupt nicht geklappt bei mir, was schade war, denn ja, war auf jeden Fall eine, ja, wie soll ich sagen, wilde Partie, ein tolles Pokalspiel und ja, der Klub hat mal wieder seine, mal wieder, jetzt musst du ja fast schon bei jedem Spiel sagen, seine Comeback-Qualitäten unter Beweis gestellt, aber, und jetzt können wir ja gleich mal aufs Kiel-Spiel zu sprechen kommen, da war es ja eigentlich schon sehr souverän, wie sie es gespielt haben, in den ersten, sage ich jetzt mal 20 Minuten, war es auch souverän, allerdings ging halt nach vorne nicht allzu viel. Achso, das war jetzt so ein Sascha-Übernehm-Du, okay. Ja, genau. Ich war jetzt voll in Gedanken. Ja, stimmt allerdings, wobei ich sagen muss, wenn du das komplette Kiel-Spiel runterbrichst, fand ich es dann letzten Endes doch relativ souverän alles, selbst die ersten 20 Minuten, weil es einfach so war, wir gucken mal, was passiert. Ich meine jetzt aber eigentlich den Pokal. Achso, du meinst jetzt auf den Pokal bezogen, ja gut. Da waren die ersten 20 Minuten souverän, also ähnlich Kiel, und dann ging es ein bisschen so hin und her, also wilder. Ja, das stimmt allerdings, wir haben Kiel dann eigentlich kommen lassen, man muss sagen, aus dem Block raus, äh, Rostock, mein Gott, aus dem Block raus, ich habe es immer wieder zum Jay gesagt und auch zu Lilly, das wird nicht mehr lange dauern, wir rennen an, wir rennen ihn an, kriegen den Konter oder irgendwie blöde Aktionen und dann steht es 1-0. Gut, das hat dann trotzdem relativ lange gedauert, bis es dann eben 1-0 stand, aber es war halt dann leider genau das, wir sind wieder bis zum 16. gekommen und dann war es nicht sehr zwingend, haben aber optisch einfach auch die Feldüberlegenheit gehabt, war dann schade. Ich glaube, Okunuki hat in der ersten Halbzeit ein oder zweimal die Möglichkeit gehabt und zieht dann über das Tor drüber, ähm, ja, war schade, aber letzten Endes, wie du schon gesagt hast, diese Comeback-Qualitäten, es wurde sich nie aufgegeben, du hast immer gesehen, ok, ja, wir haben jetzt ein Tor kassiert, die standen ja, das Tor ist gefallen und gefühlt an Mühe, später standen die schon am Stoß, krass, alles klar, wir haben jetzt das 1-0 kassiert, kein Stress, das machen wir schon noch. Es war sehr schön und sehr geil zu sehen, ich meine, die Rostock waren noch nicht immer richtig beim Jubeln in der Kurve, da standen die schon wieder und wollten weitermachen. Ähm, und es war an sich sehr geil zu sehen, dass jede Aktion auch gefeiert wurde. Bestes Beispiel, Marquez, der, wenn er Grätsche ausgepackt hat, der stand, der stand so da und du dachtest nur, ja, ja, ok, da könnte was gehen heute. Ja, wir haben ja auch während der Partie immer mal wieder getextet miteinander und, ähm, ja, ich hab's ja dann auch gesehen im TV, also Marquez bei dieser einen Rettungsaktion, oder, das heißt, Rettungsaktion, wo er den Ball richtig geil klärt, wo er sich dann selber feiert und pusht, das ist schon geil, sowas sieht man halt gerne, ich weiß auf jeden Fall, was du meinst, dann haben wir ja auch gesagt, ja, sowas findet man halt cool an ihm, deswegen hat er auch so diesen, deswegen weckt er auch so diese leichten Erinnerungen an Pinola und so, aber man muss dazu sagen, also, ähm, erste Halbzeit, wie du schon sagst, ich, ich fand die ersten 20 Minuten haben wir Rostock auf jeden Fall beherrscht, haben sie halt auch hinten reingedrückt, aber konnten da halt auch wirklich nix, nix, nix kreieren und nix zählbares dabei rumbringen, was halt natürlich auch wieder signifikant war, das waren die, die Standardsituationen, so viele Eckbälle und nichts kommt gefährlich dabei rum, ich meine, natürlich hat Rostock auch die, die Größe da hinten drin, um die Bälle relativ souverän zu klären, aber da muss ich doch dann halt vielleicht mal eine Variation auspacken oder so, weil wenn ich so viele Standardsituationen, so viele Eckbälle habt, da muss doch irgendwie mal zumindest was Gefährliches dabei rumkommen, kam es aber nicht. Ja, das waren, glaube ich, 14 zu 1 Ecken, ne, also ich hatte schon wieder die, die, so diese Flashbacks von, was waren es damals, 17 zu 1 oder so, 17 zu 2 Ecken? Ja, ich weiß es auch nicht mehr genau, aber es war auf jeden Fall so ein Spiel mit ewig vielen Ecken. Ja, das ist aber auch im Block rumgegangen, das kann doch nicht sein, das kann doch nicht sein und wenn du dann auch mit Leuten nach dem Spiel ein bisschen gelabert hast oder halt dann so mitgekriegt hast, was die sprechen, so, ja okay, wir haben gewonnen, geile Stimmung, aber ey, die Ecken, die Ecken, die Ecken. Ja, ne, aber man muss schon sagen, wir haben den Ball auch wirklich gut laufen lassen, es sind sehr, sehr viele Flanken reingeflogen, aber da merkst du halt auch, dass wir da vorne, dass da vorne in der Mitte einfach jemand fehlt, ich werde jetzt hier keinen bestimmten Namen nennen, aber ne, es fehlt im Allgemeinen jemand vorne drin, also das ist halt wirklich, was uns in dem Spiel oder in, ja auch schon gegen Kiel teilweise ein bisschen vielleicht abgegangen ist, dass da vorne in der Mitte einfach jemand fehlt und das hat sich halt jetzt auch wieder bewiesen. Auf Low Camper kommen wir noch zu sprechen, wobei ich jetzt auch nicht unbedingt sagen würde, dass er dann derjenige wäre, der dann vielleicht mal von Anfang an da vorne drin steht, weil er vielleicht auch nicht derjenige ist, der dann ja die Bälle so abnehmen kann, wenn sie dann reingeflogen kommen, aber ja. Hast du den Namen übrigens falsch ausgesprochen? Ich habe den Namen falsch ausgesprochen? Ja, er heißt doch mittlerweile Goal Camper. Oh, tatsächlich. Erst war es der Low Camper, jetzt ist es der Goal Camper, okay. Ja. Aber okay, zu ihm kommen wir auf jeden Fall noch und naja, es ging dann mit 0 zu 0 in die Halbzeit, wobei man da schon sagen muss, also er hat ja ein bisschen was verändert an der Aufstellung, ich meine, das musste ja auch im Hinblick auf Schalke und auf eine englische Woche und so weiter und ich habe mir auch fast gedacht, dass Marquez wieder von Anfang an drin steht, aber man muss auch sagen, dass viele, die ihre Leistung abgerufen haben gegen Kiel, jetzt gegen Rostock, nicht mehr so sich selber auch in Szene setzen konnten, unter anderem fällt mir da ein Handwerker, den fand ich tatsächlich, zumindest in der ersten Halbzeit nicht so gut. Auch Jamra, wo ja viele gedacht haben, oh scheiße, dass der ausfällt gegen Kiel, das haben sie ja dann richtig gut kompensiert, fand ich auch nicht so ansprechend und auch Usun, also da waren viele dabei, die ein bisschen, ja, dieses, die dann ein bisschen abgefallen sind im Gegensatz zu Kiel. Kann ich dir nur beipflichten und ich glaube, hat nicht Handwerker sogar so einen fatalen Pass gespielt, so einen fatalen Rückpass? Ja, das war, ich glaube, es müsste noch in der ersten Halbzeit gewesen sein. Ich glaube schon, ja. Als er dann den Pass quasi in die Mitte oder Richtung Torwart spielen möchte und keiner weiß so wirklich, an wen der Ball jetzt eigentlich gerichtet war, also in den Strafraum rein und ja, der Rostocker kommt dann an den Ball, wird dann aber geklärt zum Glück, also das war schon, wow. Ja, das war so ein kurzes Stich ins Herz, Herzinfarkt-Pässchen von ihm, aber ja gut, ich denke, also selbst wenn du jetzt sagst, da sind jetzt ein paar abgefallen und haben jetzt nicht die super Leistung wie gegen Kiel oder die starke Leistung wie gegen Kiel gehabt, fand ich doch dann schön zu sehen, dass dieses Mannschaftsgefüge das einfach auffängt und sie sich dann doch wieder mit Einzelaktionen und mit, ey, das packst du schon und die haben sich auch immer wieder gepusht und angeschrieben oder halt, machst das schon, so sah es zumindest aus, dann hochgezogen haben und dann eben durch die Mannschaftsleistung, durch diesen Zusammenhalt dann eben gut gespielt haben. Ja, brauchen wir gar nicht sagen, dass da die Mentalität ist ja auf jeden Fall vorhanden und ich glaube auch, Olaf Rebbe hat es ja in dem Interview, glaube ich, bei Transfermarkt erwähnt, weil er ja angesprochen wurde auf den großen Kader, also wir können ja auch sowas kompensieren und dann auch wieder Leute von der Bank bringen, die dann halt, ja gut, wenn der mal einen schlechten Tag hat, dann kommt halt der, also dann macht man sich ja in der Hinsicht überhaupt keine Gedanken mehr eigentlich, also im Moment zumindest nicht, dass da halt jederzeit jemand einspringen könnte, der das dann, der das dann übernehmen könnte. Du hast ja auch an Valentini gesehen, hast dann Gürrlein gesehen, da hat man am Anfang ein bisschen gedacht so, also jetzt wieder im Hinblick auf Kiel so, oh mein Gott, wie soll das bloß werden, aber es war ja einwandfrei dann, also da ist auf jeden Fall, ja, der Kader gut und die Mentalität gut innerhalb der Mannschaft. Ja, und weil du gerade Rebbe ansprichst, hast du das zufällig mitbekommen mit dem Machtwort, dass er gesprochen hat, zwecks Usun. Zwecks Usun, ja, da kommen wir eh noch drauf, weil da ist ja ein Angebot oder kein Angebot, aber Interesse aus England da, dementsprechend, also da werden wir wahrscheinlich gegen Ende hin noch einmal zu sprechen kommen, aber jetzt nochmal wegen Rostock und der ersten Halbzeit, ja, die ging dann halt mit 0 zu 0 zu Ende und dann, ja, zweite Halbzeit, relativ früh in der 58., okay, das ist nicht mehr früh, aber in der 58. Minute fiel dann das 1 zu 0 durch Rostock und zwar, Moment, ich hab's hier, Tor für Rostock, Ingelsson bekommt bei einer Flanke von rechts etwas zu viel Platz und der Brumado setzt sich im Zentrum durch und drückt das Leder aus sieben Metern der Innenseite ins Netz. Ja, weil Ingelsson, der läuft ja auf der rechten Seite und keiner greift ihn so wirklich an, kann dann nach innen ziehen und flanken und ich war, also da muss ich ganz ehrlich sagen, ich hab keine Ahnung, was Marquez in der Situation macht, ich weiß nicht, ob du es dir im Nachhinein nochmal angeguckt hast. Ja, hab ich, naja, er beschäftigt sich halt nur mit dem Mann, ey, und das halt mit dem Rücken zum Ball. Ja, ganz genau. Da kannst du nicht sehen, wo der Ball kommt und dass dann natürlich der andere seinen Haxen rausholen kann, also das war für mich, so gut wie er das gemacht hat alles und so gut ein Verteidiger wie er ist, war das ziemlich, ja, ich möchte jetzt nicht sagen amateurhaft, aber ja, dann doch schon, weil du kannst deinen Rücken ja zum Ball stellen, also das funktioniert nicht, völlig falsch positioniert. Es war irgendwie, also wenn man es auf gut Deutsch sagen möchte, dilettantisch einfach. Ja. Ja, weil, also mit dem Rücken zum Ball und er sieht gar nicht, was in seinem Rücken passiert, dass da der Ball überhaupt kommt und auch wir ihn dann quasi verteidigen will, ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall steht es dann 1 zu 0 und ja, mal wieder läuft der Klub einem Rückstand hinterher, wobei man natürlich sagen muss, jetzt sind wir wieder bei der Mentalität, also da, ja, da, wie du schon sagst, Martenia sofort den Ball aus dem Tor geholt, nach vorne, hopp weiter und ja, also, weil sie halt auch selber und ich glaube, Jannis Horn hat es nach dem Spiel gesagt, weil sie halt auch immer das Gefühl haben und da hat er auch schon gemeint, er wiederholt sich, weil sie halt eben das Gefühl haben, dass sie jederzeit wieder zurückkommen können und das war ja dann nach, ich glaube 5 Minuten hat die Führung gehalten, wobei Okunuki, der ja dann das Tor macht, auch schon im Vorfeld wieder diese Chance hatte, die er jetzt auch schon öfter hatte in der Saison, wo er quasi den Ball dann übers Tor schlenzt und dieses Mal hat er ihn dann durch überragende, wie ich finde, überragende Vorarbeit von Goller, der auch wieder ein richtig geiles Spiel gemacht hat, durch überragende Vorarbeit von Goller dann ins Tor fuchsiert, den Ball. Ja, muss man sagen, dass der Goller den noch sieht und nicht einfach absticht, ist geil, aber ich finde, die komplette Entstehung von dem Tor war super rausgespielt, also da kannst du eigentlich jeden mit rannehmen, wie sie das gemacht haben, dass Goller natürlich den nochmal rüberlegt und sieht, dass Okunuki da steht, geil, wobei man sagen muss, dass, also ich habe es mir ja, glaube ich, fünfmal angeschaut im Nachgang, auch da sieht es für mich so aus, also der Ball ist ja dann auch ein wenig abgefälscht noch, dass der Okunuki den hier noch ein bisschen am Kopf trifft, also er schießt auch den Torwart wieder an, mehr oder weniger. Ich meine, klar, das Tor gibt ihm recht und so, aber ich glaube, der Herr Okunuki muss ein bisschen am Abschluss arbeiten, weil, wie du schon sagst, jetzt die Saison über, er kommt immer wieder in aussichtsreiche Positionen, er zieht immer wieder rein, versucht ins lange Eck zu schlenzen, nur dass das lange Eck bei ihm irgendwie, ja, ich kann es gar nicht beschreiben, das sind ja drei Tore teilweise drüber oder zwei Tore nochmal drüber, wo er hinschießt. Ich weiß nicht, ob er da nicht konzentriert genug ist, ob er im Training die Dinge in den Winkel schweißt und im Spiel das aber durch ein Druck nicht schafft, keine Ahnung. Aber letzten Endes, ja, wie gesagt, das Tor, schön, geil gemacht, das hat von uns einfach nur mega ausgeschaut, wie das Ding einschlägt. Du kennst ja den Blick von uns aufs Tor. Richtig. Und dementsprechend war das dann schon, hast du dann schon gemerkt, oh, geht was, ruck durch die Mannschaft nochmal und auch die Fans, das war ja, das war wie so eine Lunde, die da ewig gebrannt hat, das Tor fällt und auf einmal, boom, Explosion raus, mega. Aber ja, Thema Okonuki noch ganz kurz, ich sehe das ganz genauso wie du, also er schießt ja quasi den Torwart noch ein bisschen an, ich meine, okay, im Endeffekt kann er da nicht mehr viel groß machen, aber wenn das irgendwie blöd läuft und er den irgendwie dumm trifft oder so, dann wehrt er den vielleicht sogar noch ab. Aber ja, ich weiß genau, was du meinst, weil er ist schon echt oft in diese Situationen gekommen, diese Saison, wo er öfter mal solche Abschlüsse hatte, wo er dann den Ball eben reinschlänzen möchte und wahrscheinlich muss er da einfach mehr Zielwasser trinken oder noch mehr dran arbeiten, keine Ahnung, auf jeden Fall. Er kommt, wie du sagst, immer wieder in diese Positionen und da hätte er vielleicht das eine oder andere Tor schon mehr machen können und müssen vielleicht sogar. Und ja, wobei man jetzt auch sagen muss, unsere Führung hat ja ein bisschen länger gehalten als die von Hansa, denn in der 74. gab es dann das 1 zu 2 aus unserer Sicht, wo Neidhardt von der Grundlinie auf Strauß legt und der das dann den Ball an die Latte setzt. Und dann hat man sich schon gedacht, ja okay, normalerweise geht so ein Ball, wie ihn dann Kinn Zombie verarbeitet, entweder drüber oder schießt ihn sonst wohin, den trifft er halt punktgenau und schweißt ihn dann rein. Also es war Hansas bester Angriff und auch ein richtig schönes Tor, muss man ohne Umschweife zugestehen, wie ich finde. Ja, ich habe zum Jay noch gesagt, dass der Kinn Zombie eingewechselt wurde. Ich weiß nicht, ob es auch wirklich tatsächlich dieser Kinn Zombie ist, aber der Name ist mir im Kopf geblieben. Da habe ich zum Jay gesagt, Kinn Zombie trifft immer gegen uns. Das Tor fällt unter Jay, wirklich so diese so seitlich schon so rüber geschaut. Papa, musstest du recht haben? Aber ich muss sagen, also selbst der, der an die Latte gegangen ist, der war ja, selbst wenn der reingegangen wäre, das wäre schon krass gewesen, dass der den da so irgendwie rüberkommt. Alles in allem war es, glaube ich, gefühlt der erste richtige Angriff, der dann reingegangen ist. Also wohl schon 1-1 stand. Ja, also ich weiß schon, was du meinst. Also er hat ihn richtig schön so halb gehoben, geschlenzt und dann an die Latte über Martina drüber. Der senkt sich ja dann auch noch richtig schön. Und ja, ob jetzt Kinn Zombie regelmäßig gegen uns trifft, weiß ich nicht, aber er ist natürlich ein Begriff, war glaube ich beim HSV, Sandhausen und jetzt Rostock. Müsste man vielleicht mal nachgucken, ob er da überhaupt schon mal gegen uns getroffen hat. Weiß ich nicht, aber in dem Fall hast du natürlich recht gehabt und es war echt ein schönes Tor. Und man muss dazu sagen, in dem Moment habe ich dann auch gedacht, so von zu Hause, vom Sofa aus, so Mann ey, jetzt laufen wir wieder im Rückstand hinterher und ja, wir tun uns ja eh schon das ganze Spiel über schwer irgendwie, nicht unbedingt Chancen zu kreieren, sondern da überhaupt mal einen guten Abschluss zu finden, sage ich jetzt mal. Aber ja, zum Dings muss man sagen, zu Can Usun, ganz kurz, der hat ja auch hier und da ein paar Möglichkeiten, wo er sich quasi auch durchdribbelt und dann abschließt und der Ball dann neben das Tor geht und natürlich auch noch die Chance von Mats Möller-Dehli. Ich weiß nicht mehr, wer da vorher abgeschlossen hat und dann als Mats zum Ball will, als dann, ich weiß auch nicht mehr, wer es ist, Neidhardt oder wer auf jeden Fall den Ball dann klärt. Das war dann auch. Ja, da hatte Rostock dann Glück, aber ja, zum Glück haben wir dann in der Nachspielzeit noch das Tor gemacht. Wurde ich auch zu Recht gewiesen. Du wurdest zu Recht gewiesen? Weil ich nämlich, weil ich zum Jake gesagt habe, ne, das ist vorbei, da brauchen wir jetzt drüber reden. So dieser fränkische Pessimismus. Naja, ich würde nicht sagen, dass es fränkischer Pessimismus ist, weil ja, wir wissen, dass der Klub immer wieder zurückkommen kann, aber vielleicht, ja gut, ja, ja, ich sage mal Jein, weil ich glaube inzwischen, das hat sich ja auch schon letzte Saison dann angedeutet, als Duman diesen Ball noch reingeschossen hat gegen Düsseldorf, jetzt mal unabhängig vom Pokal, glaube ich. Oder wir wissen es ja auch vom Champions League Finale 2005, als Liverpool 3-0 zurück lag gegen Milan, wo es dann diese Doku gibt, eine Nacht im Mai, wo der eine Fan nach dem 3-0 in der Halbzeit, also quasi wieder zurück ins Hotel fährt und der Taxifahrer zeigt ihm nur die 3 und noch eine 3 und dann muss er sich vom TV anschauen. Also man sollte im Allgemeinen nie zu früh gehen und nie irgendwie abschreiben und wahrscheinlich müssen wir das erst noch lernen. Ich habe in meiner altgewohnten Art auch schon eigentlich abgeschlossen gehabt, weil ich nicht mehr geglaubt habe, dass das noch was wird, aber ja, 5 Minuten Nachspielzeit und der eingewechselte Low Camper, wobei ja Hayashi auch noch kam, wo sich viele dann gefragt haben, warum jetzt erst, also der wurde ja auch erst relativ spät angewechselt, aber Low Camper kommt dann und haut das Ding ins Tor, wobei da, ich glaube das war so eine Kombi aus Gegenspieler und Low Camper, aber ihm wurde das Tor ja dann zugerechnet, weil er dann mit der Fußspitze noch dran war. Ja, letzter Angriff. Ja, das war ein bisschen baugleich zum 1-0 war das Tor. Baugleich zum 1-0? Ja, als Rostock das 1-0 geschossen hat, das war ja auch so Wusel mit Marquez und dann halt Fuß raus und rein und sowas, fand ich ein bisschen auch das 2-2 dann. Ja, weil Mertz Möller-Deli bekommt den Ball ja dann auf der linken Strafraumseite, legt ihn dann raus auf Hayashi, der ja auch eingewechselt wurde, legt den Ball dann in die Mitte rein und der spielt ihn halt so schön rein, dass halt jetzt auch wenn Low Camper nicht dran gekommen wäre, so ein Ball halt immer in der Hinsicht gefährlich ist, weil egal wer da rankommt, der könnte den quasi reinhauen und der war halt genau richtig gespielt und dass dann da das Stadion in die Luft geht, ich meine, das ist ja dann logisch, ne? Ja, weil du sagst, so ein Ball kann immer reingehen, ich meine, es ist ja, also ich glaube, das sagen wir schon seit 4-5 Jahren, so Bälle in die Schnittstelle mal reindreschen, was wir relativ selten gemacht haben und auch mal aufs Tor schießen, Handwerker schießt aufs Tor, trifft. Gegen Berlin war es, glaube ich, auch so ein Ball, der in die Schnittstelle gehen sollte, Eigentor vom Berliner Verteidiger. Es sind Sachen, die sie jetzt, ich weiß nicht, ob es am Trainerteam liegt oder wie sie da jetzt drauf kommen, ich schätze mal, es liegt am Trainer, der halt dann da nachdrücklich immer wieder sagt, spielt die Bälle in die Schnittstelle, schießt mal aufs Tor und dann seht ihr auch, dass es funktionieren kann. Und das kommt jetzt, also meiner Meinung nach so gefühlt, peu a peu immer mehr. Und ja, wie du schon sagst, also das war ja, also was das an Ekstase ausglüstert, das war ja dann, es wurde ja dann kurz drauf gleich abgepfiffen und es war dann während diesen, was sind es denn, 5 bis 10 Minuten, bis die Verlängerung losgeht, ist ja durchgehend gefeiert worden. Also die haben ja nur gebrüllt und geplägt und die sind alle nur gesprungen. Es war schon geil. Ja, ich meine, du hast mir ja dann auch ein Video aus dem Blog geschickt, also quasi vom Dreier aus, wie es dann auch da zuging und es ist ja, muss man ja ganz ehrlicherweise sagen, relativ selten, dass das quasi von 9, 11 über 5 und so weiter noch bis zu uns quasi, dass da noch so richtig krass mitgefeuert wird. Das muss man halt auch einfach sagen, aber das war schon schön zu sehen. Man hat es auch tatsächlich am TV sehr, sehr gut mitbekommen und ja, dementsprechend war ich natürlich auch sehr euphorisiert. Ich glaube, ich habe dir im Vorfeld noch geschrieben, ja, ich wollte eigentlich schon ins Bett gehen und das ist jetzt natürlich vorbei. Und ja, als dann die Verlängerung losging übrigens, beziehungsweise war das in der Verlängerung? Ich glaube, es war in der Verlängerung, da hat Usun auch wieder so ein starkes Dribbling oder war es davor? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, es war in der Verlängerung, wo er wieder so ein starkes Dribbling macht und dann einen Meter am Tor vorbeisetzt. Aber ja, das 3 zu 2 fiel dann auch relativ zeitig in der 98. Minute nämlich durch den angesprochenen Goalcamper, der, ja, also der Moderator oder Kommentator oder wie auch immer im MTV hat gemeint, den hat er genau so gewollt. Das wurde ja von Alois Schwarz, Lowcamper, abgesprochen, dass er das eben nicht so wollte. Aber ja, ich denke mir schon, dass er den irgendwie so aufs Tor legen wollte, dass er halt dann genauso reinfällt. Ja, sagen wir einfach mal, er wollte den so. Ich denke, so müssen wir schon, dass Biden aufs Tor bringen wollte dann irgendwie. Ist dann natürlich richtig geil rein. Dass der Herr Schwarz ein Mensch ist, der nicht gerne zugibt, wenn andere besser sind und ein richtig schlechter Verlierer ist, das wissen wir ja schon lange. Ja, aber ja, also das ist auch, das war einfach ein richtig geiles Tor und da hat er dann auch die Hütte wieder gebrannt. Ja, ich meine, wenn du von 1 zu 2 dann zurückkommst und dann gleich noch das 3 zu 2 machst, also ja, ich meine, FCN, Comeback-Qualitäten, ich glaube, wir werden es hoffentlich in der Saison noch öfter ansprechen und ja, dann haben sie es eigentlich, dann haben sie es eigentlich, wie ich finde, relativ souverän runtergespielt. Man muss dazu sagen, wegen Alois Schwarz, ich meine, ich habe die PK danach natürlich auch geguckt. Ich habe sie auch kommentiert auf Social Media. Ich habe mal gehört, dass er ja immer noch ein wenig Butthurt ist wegen der FCN-Entlassung, dass auch, also das kam im Clubfunk öfter mal vor, weil ich den ja auch öfter mal gucke und so, Grüße, auf jeden Fall wurde da auch gesagt, dass die halt, wenn sie eine Anfrage stellen, egal ob er jetzt bei Sandhausen war oder wo er sonst auch vorher überall war, dass immer, wenn sie quasi Alois Schwarz als Trainer eine Einschätzung haben wollen, gegen den Club oder sonst irgendwas, lehnt er immer ab. Also der ist da irgendwie noch richtig, richtig bedient, was die damalige Entlassung anging und das merkt man ja auch auf den PKs, also er schafft es ja auch regelmäßig nicht, dem Trainer, wer auch immer das ist, jetzt ist es halt fiel, quasi zu gratulieren, dass, wenn sie gegen ihn gewonnen haben, das macht er ja grundsätzlich nie. Also ich kann mich an keine einzige erinnern und in der Hinsicht muss man einfach sagen, viel Glück Hansa, wir hoffen, dass er bald nicht mehr euer Trainer ist, weil da haben sich auch schon viele, was ich so gelesen habe, negativ ihm gegenüber geäußert und ja, er ist einfach ein schlechter Verlierer und ja, dementsprechend ist da glaube ich alles gesagt, was Alois Schwarz angeht. Ja, was ich noch sagen wollte, weil du gesagt hast, Comeback-Qualitäten vom Club, da bekommt der Satz FCN, back again, was richtig cool ist eigentlich, ne? Ja, tatsächlich, da kann man das jetzt auch mal wieder rausholen, also es ist ja auch ein Lied, glaube ich, ne? FCN, back again. Wir sind stark wie die zuvor und das stimmt ja auch sogar. Allerdings, ja. Ja, und es war ja auch in der Hinsicht wichtig, weil wir ja wissen, dass der Club relativ klamm ist, dementsprechend durch dieses Weiterkommen im Pokal haben wir, glaube ich, über 800.000 Euro angenommen, plus 45 Prozent der Einnahmen, was die Zuschauer anging, da sind wir ja auch froh, dass da quasi die Zahlen noch ein bisschen nach oben gegangen sind, also wird es so ungefähr, ich schätze mal, eine Million sein, was man da mitnimmt und die kann der Club auf jeden Fall gut gebrauchen. Ja, an Hansa noch einmal, ja, viel Glück in der weiteren Saison. Ich muss gestehen, ich habe ja auch davor geschrieben, ich weiß nicht, ob es mit dir war oder mit jemand anders, wo ich dann auch gesagt habe, also es wäre schon verdammt bitter, wenn du gegen die Truppe und den Trainer oder beziehungsweise den Fußball, den der Trainer spielen lässt, ausscheidest, weil man hat schon gesehen, dass da der Club einen wahnsinnigen Aufwand betrieben hat, fußballerisch besser war, Feldüberlegen war. Ich meine, das bringt dir alles nichts, wenn du keine Tore magst, das ist schon klar am Ende des Tages, aber das wäre schon, finde ich, sehr, sehr bitter gewesen, wenn du gegen die ausgeschieden wirst. Gut, im Hinspiel haben wir ja auch, jetzt weiß ich, das Ergebnis kann, haben wir 2-0 verloren, oder 2-0, ne, ja. Das war ja auch, wo wir gesagt haben, also gegen den Fußball zu verlieren, ja stimmt, so haben wir es gesagt, gegen den Fußball zu verlieren, ist einfach eine bittere Geschichte und dann halt auch noch Gehirn-Alois, aber ja, also kannst du nochmal sagen, und da wirst du mir beipflichten, weil das sagen wir eigentlich jede Woche, wenn wir im Stadion sind oder eben Stream machen, siehst diesen Aufwend, wenn du ein Tor kassierst, ist es nicht so wie die letzten Jahre, wo du sagst, oh mein Gott, wir haben ein Tor kassiert, können wir jetzt eigentlich auch heimfahren, sondern du kassierst das Tor und sagst, okay, dann machen wir halt zwei, ein Problem, kriegen wir hin. Das ist geil, du merkst auch bei den Leuten selbst im Blog oder auch danach, teilweise auch davor, wenn du dich mit denen unterhältst, dass dieser, in ganz kleinem Maße natürlich, ich meine, das, was du über 30, 40 Jahre aufgebaut hast, geht nicht so schnell weg, aber dieser Pessimismus, dass der ein bisschen abnimmt, dass du der Mannschaft mehr zutraust, dass du Leute hast, die nicht stinkert sind, also klar bist du stinker, wenn du der Tor kassierst, aber eher so dieses, ja okay, da ziehen wir uns trotzdem wieder raus, geile Truppe. Und das siehst du, siehst du von Spiel zu Spiel und dementsprechend war das jetzt auch wieder geil, dass du eben das in der 95. das 2-2 machst, du gewinnst das Spiel dann. Du hast jetzt drei Spiele am Stück gewonnen, na gut, jetzt kommt Schalke, wissen wir ja, Freundschaft hin, Freundschaft her, läuft meistens nicht so, schauen wir mal, wie es jetzt läuft, aber es ist trotzdem geil mit anzusehen und schön mit anzusehen, was aus der Mannschaft wird und wie es auch die Fans immer mehr abholen, weißt du, was ich meine? Ja, ich verstehe das durchaus, mir geht es ja genauso und es ist auch faszinierend zu sehen, dass das mit den richtigen Leuten am Ruder und wenn du gute Charaktere in der Mannschaft hast, sehe ich auch, ich denke, dass da Jannis Horn auf jeden Fall ganz vorne mit dabei ist, was auch die Stimmung angeht in der Mannschaft und dass sich viele gefreut haben, dass er wieder da ist, weil er eben sehr beliebt war und so weiter, dass das halt schon auch viel mit rein spielt und dass das ultra schnell gehen kann, dass wenn da in den richtigen Stellschrauben gedreht wird, dass da auf die Jugend gesetzt wird, dass denen auch Vertrauen geschenkt wird und so weiter und ja, es ist schön zu sehen, dass sich da was entwickelt, natürlich, da kommen wir noch dazu mit Usun und so weiter, aber von wegen Vertrauen geschenkt, Usun hat sich ja auch wieder den Ball geschnappt, das haben wir noch gar nicht gesagt und hätte dann noch auf 4 zu 2 stellen können, aber er rutscht halt dann weg, also ich weiß, der war am Ende gespielt. Ich habe auch Ärger bekommen, weil ich habe nämlich gesagt, dass er verschießt. Ach man, von wegen fränkischer Pessimismus und es wird ja langsam besser und so, ne? Ja, trotzdem, ich dachte mir, okay, nach der langen Zeit fehlt Kraft in den Beinen, er würde ihn verschießen und das habe ich auch am Jay gesagt, der verschießt. Kinzombie trifft immer gegen uns. Kinzombie trifft, habe ich prediktet und dass der Can verschießt, habe ich prediktet, aber ja, leider, aber sorry, ich bin dir wieder ins Wort gefallen. Ne, alles gut, ich meine, er verschießt mal wieder, war dann ja auch nach dem Spiel relativ fertig, ich weiß gar nicht, ob er sogar ein paar Tränen vergossen hat, aber da haben ihn ja dann alle im Kollektiv getröstet und von mir aus kann er auch den Nächsten wieder schießen oder halt zumindest wieder versuchen, den dann zu verwandeln. In dem Moment ist er halt, ich denke, der wäre auch rein, weil der hat ja, der Torwart war ja im falschen Eck und der hätte ja nach rechts gezielt und ja, dann rutscht ihm quasi das Standbein weg, hat ein bisschen erinnert an diese Elfmeter-Orgie, ich glaube, damals war es Bayern gegen Dortmund, wo da so viele ausgerutscht sind, also so ähnlich sah das dann halt aus, er rutscht mit dem Standbein weg und der Ball geht dann halt drüber. Also ja, okay, aber er hat ja dann auch kurz danach abgepfiffen, wo sich dann auch noch ein paar Rostocker beschwert haben, dass er vielleicht die Zeit noch hätte dranhängen müssen, da kann ich ihnen, finde ich, sogar Recht geben, weil ja, die 30 Sekunden oder was auch immer das ausgemacht hat mit dem Elfmeter, hätte er wahrscheinlich noch oben drauf packen können. Aber apropos, noch ganz kurz wegen Elfmeter, weil es wurde ja so oft handskandiert im Stadion, also das war ja wirklich faszinierend und ich finde, der den Marquez quasi an die Hand bekommt, den brauchst du tatsächlich nicht pfeifen, weil der aus dieser kurzen Distanz einfach, ja, ist für mich kein Elfmeter, wenn er dann vom Videoschiedsrichter überprüft worden wäre, keine Ahnung, ob er dann den als Elfmeter gewertet hätte, das weiß man ja inzwischen irgendwie nie. Aber zumindest von Rostock in der ersten Halbzeit, viele haben dann gemeint, ja, muss man auch nicht unbedingt geben, wie heißt der Mann, der Peter Tschech von Rostock? Aber du weißt, wenn ich meine, der mit dem Helm halt, ne? Der fällt ja quasi auf den Boden und stützt sich mit der einen Hand ab, aber die andere ist halt so weit außen und so weit hinten, dass er den dann halt, ja, an die Hand bekommt. Da hätte man vielleicht noch eher überlegen können, aber eigentlich, im Grunde war es mal wieder schön, ein Spiel zu sehen, ohne dass man im Hinterkopf haben muss, dass da der Videoschiedsrichter eingreift. Ja, der Schiri hat es auch angezeigt, weil der um mich rum haben auch einige Elfmeter geschehen und ich habe auch Elfmeter geschehen tatsächlich und dann hat er es aber angezeigt, dass er sich hochgestützt hat und dann eben den Ball hinbekommen und hat gesagt, na gut, wenn der Schiri sieht, er stützt sich hoch, ja, was soll er denn machen, er kann sich ja nicht mit dem Kopf hochstützen, habe ich dann auch gesagt, ja, okay, dann ist es so, Schiedsrichterentscheidung. Und es war relativ schnell weg, du weißt das selber und alle draußen wissen es, sobald der VAR eine Entscheidung trifft oder drüber, also halt es prüft, geht es zehn Minuten lang im Block, eine Viertelstunde lang im Block, wird dann über diese Entscheidung diskutiert. Der Schiri hat gezeigt, er hat sich gestützt, es waren keine 30 Sekunden und dann war das Thema gegessen, also das muss man auch mal sagen. Ja, dann ist halt auch so ein Spiel, finde ich, in einem ganz anderen Fluss, in einem ganz anderen Flow halt auch, ne. Dann sagt man ja, okay, Situation vorbei, Schiedsrichter zeigt an, was war, okay, spielen wir weiter, scheiß drauf. Aber ich glaube halt auch dadurch, dass halt eben die Spieler inzwischen auch schon durch den Videoschiedsrichter so geprägt sind, dass halt auch die Rufe nach Hand relativ lauter sind als ohne Videoschiedsrichter, ich weiß nicht, also die haben sich da wahrscheinlich auch schon in der Hinsicht vielleicht ein bisschen dran gewöhnt, dass halt wenn sowas überprüft wird, dass dann eine gute Chance besteht, dass es Elfmeter gibt. Ja, kurzzeitig einfach auch mal den Gedanken, naja gut, ich pfeife jetzt einfach nicht Hand, weil ich habe es nicht richtig gesehen und achso, ja gut, where you are gibt es ja jetzt gerade gar nicht, ja dann ist es halt so. Das war so, ich hatte irgendwie so das Gefühl, okay, es wäre ein Elfmeter gewesen, aber die verlassen sich zu sehr auf den VAR. Aber letzten Endes, wie gesagt, wie du schon sagst, der Spielfluss, der hat es hergegeben und es war großen und ganzen, ja, es gepasst alles mit der Schiedsrichterleistung. Ja, im ersten Ding, wie gesagt, da kann man vielleicht drüber diskutieren, aber im Endeffekt, ja okay, scheiß drauf. Jetzt ist es eh schon egal, das Ding haben wir gewonnen und wir müssen natürlich nochmal auf Goalcamper zu sprechen kommen, denn es, auch Janis Horn nochmal, hat das auch in einem Interview, ach übrigens nur kurz wegen den Elfmetern, noch wegen Usun und so, weil sie Fjell drauf angesprochen hatten, ob er jetzt weiterhin die Elfmeter schießen darf, hat er gesagt, das ist ihm egal, das machen die Jungs untereinander aus, weil wenn er das auch noch entscheiden muss, dann kommt er ja gar nicht mehr klar, also das werden die Jungs untereinander entscheiden, so ungefähr nach dem Motto, wenn jetzt auch mal jemand anders kommt und sagt, ja, ich fühle mich gut, heute schieße ich mal oder so, wird auch keiner was sagen, aber im Endeffekt machen das die Jungs untereinander aus, also da haben wir gespannt sein, wenn der Klub den nächsten Elfmeter bekommt, wer den dann schießt. Schauen wir mal. Goalcamper. Das ist halt jetzt auch die Sache, ne? Also ich habe ihn ja in meinem Meme auf Instagram, dürft ihr auch gerne mal vorbeischauen, ja ein bisschen mit Christian Aigler verglichen. Ich meine, okay, Aigler war eigentlich mehr so der, der halt von Beginn an gespielt hat, die einfachen Dinge nie gemacht hat, also die einfachen hat er nie gemacht, er hat immer spektakuläre Tore geschossen, aber die einfachen hat er nie reingeknallt, aber dafür waren es halt nicht nur spektakuläre Tore, sondern auch wichtige Tore, die er gemacht hat und Goalcamper ist halt irgendwie inzwischen auch schon so, also er entwickelt sich so langsam dahin, weil ja, immer wenn er kommt, ist er für eine Bude gut. Und die Sache ist jetzt aber, und deswegen wollte ich das vorhin noch nicht ansprechen, ist Goalcamper jemand, der dann da vorne in der Mitte spielen sollte oder weiterhin von der Bank kommen? Hast du mich verstanden? Hallo? Ne, du warst jetzt weg. Ob Goalcamper jemand ist, der da vorne in der Mitte spielen sollte oder eher von der Bank kommen? Also, ich bin in Front von diesem Never-Change-A-Running-System. Wenn du einen Spieler hast, den du bringen kannst, der so eine Qualität bringt, der dann auch noch für Tore gut ist, die Geschwindigkeit mitbringt, der dann in der, nehmen wir jetzt mal ein normales Spiel, in der 70. kommt und noch 20 Minuten da Volldampf machen kann, würde ich das tatsächlich erstmal so lassen und würde ihn von der Bank bringen als Joker, weil das nochmal eine ganz andere Qualität ist, die du dann mit ins Spiel reinbringen kannst und du kannst dann einfach auch auf alles Mögliche reagieren. Ich meine, so gerne ich in Matzab, als der von der Bank gekommen ist, der hat einfach auch nochmal so für Wirbel gesorgt. Das war schon auch geil anzusehen, dass du einfach solche Spieler von der Bank bringst, die dein Spiel nochmal auf ein ganz anderes Level heben. Und nehme ich jetzt auch mal in Joe Hangbo mit rein, weil das war ja auch schön, dass der nach dem Spiel noch auf den Platz gegangen ist und mitgefeiert hat. So einen hast du ja auch noch, wenn er wieder fit ist, kommen kann und auch nochmal Qualität mitbringen. Und wenn du jetzt eine Mannschaft hast, die funktioniert und dann kannst du an Hangbo, an Low Camper, an Deli, an Hayashi bringen, ja, hallo, wie geil ist es bitte? Ja, bin ich auf jeden Fall voll bei dir, das ist ein richtig guter Take. Ich sehe es nämlich ganz genauso, dass man Low Camper auf jeden Fall von der Bank bringen kann und sollte, weil mit der Zeit, und wenn das so weitergeht, also ich meine, das hat er sich ja jetzt schon, er arbeitet den Ruf, dann ist das, oder macht das ja auch was mit dem Gegner, weil dann sagen die, oh, die können aber noch nachlegen von der Bank, dann bringen sie einen Low Camper. Dann wird der Gegner, also ich weiß nicht, ob die dann, also nicht, dass die Angst hätten dann davor oder so, aber das macht halt irgendwie was mit dem Gegner, weißt du, wie ich meine? Ja, bin ich ganz bei dir. Ich meine, Spieler, der von der Bank kommt, der in den letzten, keine Ahnung, fünf Spielen gekommen ist und davon drei Tore und zwei Assists gemacht hat, als er von der Bank gekommen ist, der, das bist du auch erst einmal, ey, scheiße, ich habe jetzt 70 Minuten in den Beinen, jetzt kommt der hier mit seinem 35 kmh Speed an und ich soll den jetzt auch noch decken, ja, schöne Wurst. Ja, sehe ich tatsächlich ganz genauso und dementsprechend, also Never Change a Running System ist wahrscheinlich auch der Titel des Podcasts, dementsprechend kann man das, glaube ich, so beibehalten, ja, Ausblick auf Schalke, was denkst du, ich meine, vorhin hast du es mal kurz anklingen lassen mit von wegen, ja, Schalke ist ähnlich wie gegen den HSV, liegt uns eigentlich tatsächlich nicht so, also immer, wenn man gedacht hat, ja, okay, jetzt werden sie mal fällig, dann gewinnen sie wieder irgendwie gegen uns, jetzt sind sie wieder auch in Anführungsstrichen im Aufwind, haben zu Hause gegen gute Hannoveraner mit 3 zu 2 gewonnen, jetzt zwar im Pokal gegen Pauli verloren, denen stecken quasi auch die gleichen Minuten in den Knochen wie uns, aber wie würdest du es denn einschätzen gegen Schalke jetzt am Morgen? Schalke ist für mich tatsächlich so ein, wie so ein Pokalspiel, ich kann das immer ganz, ganz, ganz schlecht einschätzen, aber, also ich muss das mal erklären, ich tippe ja oft gegen einen Klub, das ist aber bei mir so dieses, wie wenn der Klub gewinnt, dann muss ich die gleichen Socken und die gleichen Unterhosen anhaben, wenn ich für einen Klub tippen würde, verlieren wir 3 zu 0. Wenn ich gegen einen Klub ziehe, dann könnte, tipp, tipp, dann ist es halt so dieses Never Change a Running System, also, ich meine, das 3-2 gegen Hannover, ja, das haben sie gewonnen, ich muss zugeben, ich habe es mir nicht angeschaut, ich habe nur mal kurz gelesen, so dieses, ja gut, haben sie ja letztes Mal gewonnen, davor waren sie jetzt auch nicht so gut unterwegs, ich meine, in der Tabelle sind sie, glaube ich, 16 da noch? Weiß ich, um ehrlich zu sein, jetzt gerade gar nicht, ich müsste nachschauen. Also, ich glaube, ich glaube, die stehen auf 16, ist ja wurscht, aber das heißt letzten Endes, glaube ich, erst einmal gar nichts, ich glaube tatsächlich, wir haben es ja schon oft gehabt, wenn du das Stadion voll hast, hat die Mannschaft regelmäßig verkackt, das Stadion ist voll. Hordeo wird groß sein, man soll eine Viertelstunde eher da sein. Ich glaube, dass wir nicht gewinnen. Ich meine, denen stecken die Minuten in den Beinen und stecken die Minuten in den Beinen, aber ich habe echt die Befürchtung, dass wir nicht gewinnen, weil eben Schalke uns nicht liegt, weil ich mein System nicht zerstören will. Deswegen bleibst du, deswegen bleibst du weiterhin erst mal pessimistisch. Okay, ja, also, ja, grundsätzlich, also, wie soll ich sagen, als Clubfan kriegst du es, zumindest in meinem Fall oder unserem Fall, kriegen wir es jetzt ja so schnell die letzten paar Jahre noch nicht aus den Knochen, sage ich jetzt mal. Dementsprechend, vielleicht ist es ja, vielleicht gehört es jetzt ja auch mit dazu, dass halt jetzt einfach langsam, aber sicher alles anders wird, dass du Rückstände aufholst, dass du Joker von der Bank bringst, die dann Tore machen, dass du eine Mentalität hast in der Mannschaft, dass du, keine Ahnung, zufrieden aus Spielen rausgehst, die auch mal negativ gelaufen sind und so weiter. Und ja, vielleicht gehört ja da inzwischen auch dazu, dass wir quasi auch unsere, in Anführungsstrichen, Angstgegner wie Schalke, wie den HSV, dass wir da jetzt auch mal, ja, in der Hinsicht, oder dass man vor voller Hütte Spiele gewinnt und so. Vielleicht gehört es ja inzwischen auch mit dazu. Ich hoffe zumindest, dass es dazu gehört. Ich hoffe, dass es dazu gehört. Cool wäre es natürlich schon, wenn du in einem vollen Haus mit einer geilen Stimmung dann auch mal gewinnst, auch gegen ein Team, wo du, ich glaube, gefühlt die letzten zehn Spiele nicht gewonnen hast. Aber ja, jetzt, wo du das so sagst, wäre es natürlich eine geile Geschichte, so dieses Change dann auch ein bisschen. Aber ich habe dann so eher das Gefühl, wir haben jetzt drei am Stück gewonnen. Jetzt wollen wir mal wieder auf den Boden der Tatsachen zurück. Also ja, und dass der Klub halt in der Hinsicht auch nicht wieder den, in Anführungsstrichen, Aufbaugegner spielt, was er ja auch öfter schon mal in der Vergangenheit gemacht hat. Was du auch gegen Rostock geschrieben hast. Was ich auch gegen Rostock geschrieben habe, weil ich halt in der Hinsicht schon, da, wie gesagt, da sind wir wieder beim Thema, ich kriege es einfach noch nicht raus. Zumindest jetzt noch nicht. Dass ich halt da auch schon abgeschlossen hatte mit dem Ergebnis. Aber okay, da muss ich auch noch in meinem alten Klubberer-Dasein noch ein bisschen dazulernen vielleicht. Oder das wieder erlernen vielleicht. Keine Ahnung. Aber ich sage jetzt einfach mal, ja, wenn ich jetzt eine Prediction, in Anführungsstrichen, abgeben müsste, würde ich sagen, 2-2. Ja, also ich muss sagen, ich habe mich, wir waren ja relativ zeitig da, weil Abendspiel und Feiertag und dann waren wir noch relativ lange bei Mike am Stand gestanden. Stand, gestanden, ja. Rüsli übrigens, gehen raus. Grüße zu mir. Und der hat auch gesagt, naja, jetzt kommt dann Schalke und dann kriegen wir wieder eine aufs Gesicht, weil Freundschaft hin oder her, dann gewinnen wir es halt wieder, ne? Das ist aber, und auch, wie gesagt, wieder dieses Ringsrum, du hörst die Leute und jeder sagt das Gleiche, naja, jetzt kommt Schalke, jetzt verlierst du dann wieder. Also es vereinzelt, dass du immer so rausgehst, oh ja, das könnte man machen. Mich würde es freuen, wenn wir im Unentschieden spielen. Ich glaube, andererseits, ja, wenn du wieder sagst, wenn es jetzt nicht Schalke wäre, sondern keine Ahnung, wen nehmen wir, ne? Ne, nicht Paderborn auf Platz 16 oder 17, wenn es ja wäre, also getauscht mit Schalke jetzt, ja, dann sagst du, ja, gut, die sind da unten drin, muss gewinnen. Ja, Schalke sagen wir es nicht. Wahrscheinlich, ja. Wobei man dazu noch sagen muss, dass der Mike, dass der Mike ja auch schon den Take mitgebracht hat damals, weißt du noch, als wir dann das Pokalspiel gegen Stuttgart hatten, mit drei Heimspielen am Stück, hat er gemeint, die gewinnen wir alle drei, ich sag's euch. Das halten wir ihm heute noch vor. Ja, die gewinnen wir alle drei, hat er gemeint und ja, es kam dann doch ganz anders. Also, ja, kann man nicht sagen, wie gesagt, das geht halt wahrscheinlich vielen gleich wie uns, dass sie dann sagen, oh, jetzt kommt Schalke, jetzt ist es dann wieder soweit, warten wir es einfach mal ab. Ja, wie gesagt, ich könnte mir vorstellen, dass es ein 2-2 wird, dass einigermaßen viele Tore fallen und dass dann hoffentlich auch nicht wieder die Leute ums Eck kommen, so von wegen, ja, unsere, so nach dem Motto, unsere Freunde geben uns wieder einen auf den Sack, das ist ja auch nicht, das sind ja auch nicht die Fans, weil nochmal, für alle, es ist eine Fanfreundschaft, keine Vereinsfreundschaft in der Hinsicht, ich meine, das hat sich jetzt in der Hinsicht auch schon ein bisschen so dahin entwickelt vielleicht, aber auch nicht so wirklich, es sind immer noch zu 99 Prozent die Fans und das eine hat mit dem anderen überhaupt gar nichts zu tun. Ja, natürlich nicht. Was ich noch sagen wollte, also, oder willst du noch was zu Schalke sagen? Nö, nö, alles gut. Okay, was ich noch sagen wollte ist, ich freue mich tatsächlich auf Hangbo, nachdem ich ihn jetzt wieder auf dem Feld gesehen habe, weil er da halt auch so mitfiebert und mitmacht, dann auch auf den Platz geht, ich meine, da gibt es andere, die, okay, ich spiele 10, ich gehe jetzt heim. Das kommt anders rüber und da sind wir dann nochmal beim Mannschaftsgefüge, was ich ziemlich geil finde, dass da irgendwie jeder zu jedem hält und für jeden da ist, so kommt es rüber, so familienmäßig. Das freut mich einfach dann auch zu sehen, wenn so einer wieder kommt, der so eine Qualität bringt, die dann vielleicht auch auf den Platz bringen kann, das hat er ja die Spiele davor jetzt nicht so geschafft, aber die Ansätze hat man ja gesehen. Da freue ich mich drauf und hoffe auch, dass er relativ bald fit sein wird dann. Ja, wie du schon gesagt hast, also das ist dann ja auch jemand, den du auf jeden Fall von der Bank bringen kannst, dementsprechend freue ich mich auch und hoffe, dass er relativ schnell wieder fit ist und jetzt kannst du ja mal, wenn wir das zum Abschluss noch bringen möchten, dieses gesprochene Machtwort von Olaf Rebbe mal ansprechen quasi. Ich wollte davor noch was ansprechen und zwar, hast du denn einen Wunschgegner im Pokal? Oh, stimmt, da war ja was. Am Sonntag ist tatsächlich, spielen die Club-Mädels gegen die Bayern-Damen, glaube ich. Also ich müsste es, ich glaube es war Bayern, oh nee, Geschmarr, Bayern gegen Wolfsburg spielt sowas, Bayern gegen Wolfsburg und in der Halbzeit wird dann ausgelost. Okay, also ja, also je nachdem halt, keine Ahnung, ein Zweitliga-Duell zu Hause hätte ich jetzt auch nichts dagegen, da hast du wahrscheinlich noch die besten Chancen weiterzukommen. Es sind ja auch noch unterklassige Vereine dabei. Ja gut, der Pauli wolle dich jetzt nicht unbedingt haben. Nein, natürlich, aber zu Hause ist der Klub nach wie vor eine Macht, also da kannst du auch St. Pauli schlagen und an einem guten Tag vielleicht sogar einen Bundesligisten, wenn er jetzt nicht unbedingt, keine Ahnung, Borussia Dortmund heißt oder wie auch immer, aber ja, so grundsätzlich, keine Ahnung, ein Heimspiel gegen Saarbrücken oder Homburg hätte ich jetzt auch nichts dagegen, wobei die halt natürlich auch extrem gefährlich sind vor allem Saarbrücken, was wir ja auch noch nicht erwähnt haben, ist, dass unsere beiden, dass unsere beiden Erzrivalen rausgeflogen sind mit, ja, den FÜlern und Bayern, jeweils mit den zwei angesprochenen Vereinen. Aber hätten die nicht Heimrecht Saarbrücken und Homburg? Das ist die Frage, weil sie unterklassig sind, könnte es glaube ich sogar sein. Die müssten Heimrecht haben dann. Ja, 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 selbst wenn, also, ähm. Vielleicht kommt ja auch der Matze zu uns oder wir zu ihm. Wer weiß, also wir sind jetzt aber halt auch in den Gefilden, da, da kristallisiert sich jetzt halt auch raus, dass du da keinen leichten Gegner mehr hast. Vielleicht, vielleicht macht es ja Saarbrücken auch wieder so wie vor ein paar Jahren, wo sie dann einen, wo sie quasi einen Bundesligisten nach dem anderen rausgekickt haben. Wer weiß, aber wenn ich mir jetzt einen Wunschgegner, einen Wunschgegner, das ist im Pokal immer so, ich habe keine Ahnung, ich würde einfach nur auf ein Heimspiel hoffen. Wer es dann letzten Endes wird, ähm, lasse ich jetzt einfach mal offen. Man muss nur dazu sagen, Leipzig ist ja auch draußen, also die können Gott sei Dank, die können Gott sei Dank diesen wunderschönen DFB-Pokal dieses Jahr nicht mehr beschmutzen mit ihrem Namen. Ja gut, ähm, man muss ja auch sagen, man hat seit 92, 93 das erste Mal mehr Zweitligisten als Erstligisten, äh, im Achtelfinale? Es ist das Achtelfinale, ja. Genau, ja, im Achtelfinale dann. Ähm, was ich eigentlich auch ganz, ganz cool finde. Ja, ähm, auf jeden Fall spricht es jetzt mal eher wieder mehr für den DFB-Pokal, sprach es aber jetzt auch schon die Jahre davor, bis auf den, bis auf den Sieger halt. Ne, also das war, alles in allem waren das schöne Pokalsaisons, weil du halt auch Dortmund, weil du Bayern relativ zeitig draußen hattest, weil das eigentlich die beiden sind, die eigentlich ja immer quasi prädestiniert sind, da irgendwie einen Pokal zu holen. Ich meine, Leverkusen hast du ja auch noch, was ja im Moment das Maß aller Dinge ist. Ähm, also Leverkusen möchte ich jetzt auch nicht unbedingt spielen. Ne, ne. Also, ja, also, keine Ahnung, vielleicht noch so ein Ründchen. Also, so ein, ja, so ein Duell gegen Zweitligisten oder gegen Drittligisten wäre schon ganz schön. Ja, halt irgendwie noch, so wie letztes Jahr, eine Runde weiterkommen und dann schauen wir mal, wo die Reise hingeht. Wie gesagt, gegen den VfB letzte Saison war es jetzt auch nicht unmöglich, da haben wir uns aber dann, ja, das war noch eine andere, in Anführungsstrichen, eine andere Mannschaft, andere Mentalität, anderes Team. Ähm, ja, da würde ich die Chancen wahrscheinlich dieses Jahr auch anders einschätzen, aber, ja, okay, lassen wir uns einfach mal überraschen. Jetzt nochmal einen Gegner, wo du sagst, ja, okay, da können wir, da können wir eine Runde weiterkommen, wäre okay. Ansonsten lasse ich das vollkommen offen und Heimspiel wäre cool. Ich bei dir. Wie sieht's, äh, zwecks Olaf aus? Was hat er gesprochen? Sag's uns. Ähm, er hat gesprochen, Machtwort, bei Can Usun, äh, er wird definitiv nicht im Winter wechseln, da gibt's keine Tendenz dazu, keine Ambitionen, den, äh, gehen zu lassen. Ähm, ähm. Ja, und was dann im Sommer kommt, halt so dieses typische Blabla, äh, schauen wir mal weiter. Ja, ich find, also ich hab, war das in dem Interview auf Transfermarkt? Äh, nee, das ist mir tatsächlich in diesen Google News angezeigt worden, ich weiß gar nicht, welche Quelle das war, kann ich nicht sagen. Ich glaub, das könnte sogar Transfermarkt gewesen sein, weil da hat er nämlich ein Interview gegeben, da gab's ein Interview von ihm und, ähm, ja, also ich mein, im Grunde genommen sagt er halt das, was sich jeder denkt, äh, dass, dass die Fans das nicht gern hören, wenn's dann Interesse gibt und, dass das halt ein möglicher Verkaufskandidat ist, bla bla bla, aber ich denke mal, früher oder später wird ein Angebot kommen, wo du halt einfach als FCN nicht nein, nicht mehr nein sagen kannst. Und ich schätze mal, wenn das in den zweistelligen Bereich geht, dann wird's soweit sein. Ja, das haben sie auch gesagt, dass, ähm, die Rekordablösen waren Eduard Löwen und, puh. Ja, Löwen sieben Millionen. Genau, noch irgendjemand auch sechs bis sieben Millionen und dass aber, ähm, Usun das wahrscheinlich knacken wird auch, äh, dass mindestens, also man will auch mindestens eine zweistellige Millionen, äh, Ablöse haben, aber, ja gut, das ist Zukunftsmusik. Ich bin jetzt erstmal froh, dass er gesagt hat, im Winter nein, ähm, vielleicht, ich meine, wir, wir beten ja immer wieder mehr oder weniger, äh, dass er vielleicht noch ein, zwei Saisons dranhängt und sagt, okay, ich bin jetzt 17 Jahre alt, ich kann mich hier am besten entwickeln. Gibt's ja genügend Beispiele, die dann, du hast das, glaube ich, gesagt, mit dem, ach, wie hieß er denn auch, Wolfsburg ist? Fischer. Mit dem Fischer oder mit dem Kammerbauer, wie sie alle heißen, wo es halt dann nicht gegangen ist, ähm, klar ist das ein anderer Spieler, andere Hausnummer vielleicht, aber vielleicht, äh, äh, sagen sie, ein, zwei Jahre können wir noch machen, jetzt sind wir immer noch 18 oder 19 und dann schauen wir mal weiter. Ja, ich meine, ähm, es geht ja nicht nur direkt um Usun, sondern auch um Brown, der ja auch irgendwie, äh, ich will nicht sagen, gesagt hat, dass er im Wechsel nicht abgeneigt ist, aber so hat er schon irgendwie, ja, wie soll ich sagen, äh, gesagt, ähm, durch die Blume, er hat aber auch gemeint, so nach dem Motto, es müsste erstmal ein Verein kommen, in der er eben halt auch dann die Spielzeit gibt oder der ihm, äh, ermöglicht dann überhaupt, äh, Spielzeit zu sammeln und das ist halt dann auch eher unwahrscheinlich, wenn dann so ein junger Spieler aus der zweiten Liga, sagen wir mal in die Bundesliga oder sonst wo hin wechselt, ähm, ja, im Endeffekt, ja, im Endeffekt hoffen wir natürlich alle, dass Usun vielleicht noch ein Jahr dranhängt, äh, dass wir jetzt die Zeit mit ihm auf jeden Fall oder halt mit allen, die da sind, genießen sollten und, ja, dementsprechend warten wir es einfach mal ab, äh, nochmal, also der Club wird irgendwann eine, eine, eine Summe angeboten bekommen, bei der er einfach nicht Nein sagen kann, wahrscheinlich. Und, äh, ja, dementsprechend, äh, da darf man jetzt auch nicht böse sein, wie gesagt, wir könnten uns jetzt wieder wiederholen mit dem, wir könnten uns jetzt wieder wiederholen mit dem Porto-Modell, so nach dem Motto, verkaufen, hohe Ablösesumme, dann wieder weitermachen und irgendwann mal, ähm, und irgendwann mal dann wieder wieder aufsteigen und so weiter, aber, aber das wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Ja, ich meine, schön wäre es, wenn es diesen Weg jetzt erstmal gehen würde, ähm, ne Ahnung, 10 Millionen für Usun bekommen, davon 3 Millionen oder 2 Millionen in junge Spieler investieren, die wieder entwickeln, dann zwei Jahre später wieder verkaufen, dann hast du was auf der Spahn-Seite, was auf der, ich gebe was für Spieler aus und was auf, keine Ahnung, ich tilge meine Verbindlichkeiten, heißt der, ähm, und so sammelst du dann natürlich auch dein, äh, wie heißt es im Süden immer Festgeldkonto an. Ja. Ähm, tust dich dann peu a peu in die erste Liga hocharbeiten, das wäre ja natürlich auch schon, und dann, keine Ahnung, wenn du das auf die nächsten 10 Jahre machst und bis dann, keine Ahnung, 2034, äh, 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 regelmäßiger, ich gehe mal in die Europa-League-Verein, wäre natürlich auch eine schöne Geschichte, muss man schauen, muss man hoffen, ähm, letzten Endes, wenn wir in der Gegenwart bleiben, zeigt nach oben die Spirale oder die Tendenz, ähm, und das ist natürlich erstmal was, wo man sich als geschundener Klub-Fan, äh, hochziehen kann. Ganz genau, und das braucht halt auch alles Zeit, das ist ja das Nächste, also, natürlich kann es im Fußball, wie wir es jetzt auch vorhin schon angesprochen haben, relativ schnell gehen, aber, ähm, ja, wenn, wenn du so eine Entwicklung machen möchtest, das dauert halt einfach. Jo, ähm, ich denke, hast du noch irgendwas? Haben wir sonst alles durch? Ähm, nö, eigentlich, ich hab, ich hab nix. Nö, dann wäre ich nämlich auch soweit, dann hätte ich gesagt, ähm, schließen wir ab. Danke fürs Zuhören, ihr werdet uns eure Eindrücke und so weiter, auch was Schalke angeht, U-Sohn, das Pokalspiel und so weiter, wenn ihr euch wünscht, alles in die Kommentare schreiben und wir sehen uns dann spätestens nach Schalke und werden da im nächsten Podcast drüber philosophiert, wahrscheinlich schon am Sonntag. Äh, nein, weil Sonntag bin ich nicht da. Habe ich jetzt einfach mal so angeteasert, ohne dass ich wusste, ob es geht oder nicht. Ne, bin ich nicht da, ähm, aber kann man dann Tage drauf machen. Ah, eins fällt mir noch ein. Ja. Ähm, am Pokalspielabend stand ich an dem Schalstand bei Mike und dann waren da zwei, drei kleine Jungs, also klein, ich schätze, die werden so zwölf, dreizehn, vierzehn gewesen sein und die haben die ganze Zeit, hm, 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 ist es, ist es nicht, trauen wir uns, gehen wir hin, gehen wir nicht, da mach halt ein Foto, mach halt ganz, sagst, ich spreche jetzt auch mal für dich. Sagen wir immer wieder, wenn ihr mit uns reden wollt, kommt einfach her, Servus, wie geht's? Ist gar kein Problem. Wir sind auch nur irgendwelche Blebus, die das Fußballspiel anschauen wollen und unseren Senf dazu abgeben, unseren Unqualifizierten. Ähm, ihr könnt gerne herkommen, ihr könnt gerne mit uns sprechen, es ist gar kein Stress, es reißt euch keiner den Kopf ab und es ist einfach schön, wenn man dann auch mit anderen über den Klub sprechen kann. Genau, und es ist unabhängig vom Alter, wir haben auch keinerlei Star-Allüren oder sonst irgendwas, wir wüssten auch gar nicht, warum. Dementsprechend, ähm, ja, wird keiner zu euch sagen, sprech mit der Hand und verpiss dich, sondern ihr seid jederzeit alle, ja, nee, also ihr seid jederzeit alle willkommen, kommt gerne her und dann können wir uns gerne ein bisschen unterhalten, ein Foto machen, wie ihr wollt und das ist alles überhaupt kein Stress. Ja. Okay, dann schreibt es uns in die Kommentare, Podcast folgt, vielleicht mache ich auch einfach ein Fazit zum Schalke-Spiel und wir machen einen Podcast dann danach, je nachdem, aber okay, dann wünschen wir euch jetzt alle mal ein schönes Wochenende, einen guten Start in den Spieltag und morgen, ja, alle, die rausgehen, eine schöne Zeit, wir hören uns, macht's gut, ciao, ciao. Peace. 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 Vielen Dank.